Na, die spawnen aber wirklich ganz gut nach hier. Sind viele schon wieder da? Viele? Die sind alle wieder da. Von der groben Anzahl her müsste das wieder in bei 1 stürmen. Sehr gut. Ja, man behindert das Spawning natürlich, wenn man viel baut. Dann spawnt natürlich nicht mehr viel, weil dann einfach die Freifläche fehlt. Hier haben wir fast nur Freifläche, abgesehen von unseren Basishäuschen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass wir das eben so klein und funktionell wie möglich machen, damit der Baugrund hier außenrum überhaupt nicht beeinflusst wird, weil ich will hier auch nicht weiter unbedingt bauen. Das war das letzte Mal so eine Idee, dass wir uns hier komplett neu niederlassen. Aber es reicht völlig, wenn wir uns hier eine kleine Basis bauen und von da aus dann das eine oder andere Unternehmen starten. Da müssen wir uns jetzt echt nicht in irgendwelche großmächtigen Sachen reinschmeißen. So, jetzt brauchen wir Sticks. Ich lasse mir mal 10 Holz übrig und dann machen wir daraus mal Leitern. Nein. Thumbnail. War vielleicht doch nicht ganz Thumbnail. Ähm, Leitern. 24. Machen wir mal 30. Die reichen auf jeden Fall. Also, wenn die nicht reichen, dann weiß ich auch nicht. Ansonsten sind wir ja noch ausgestattet, also geht es direkt wieder runter. Und ich habe ja noch Holz. Deswegen verbaue ich das jetzt direkt mal. Ah, da müsste ich... Hm, ja, ich habe da jetzt Slips verwendet, ne? Ja gut, hier kann ich aber das Komplettholz nehmen. Hier ist es ein bisschen abgetrennt haben vom Rest der Höhle. Also, dass man hier schon noch raus kann. Aber nicht raus muss. Und dass hier auch keiner mich überraschen kann, wenn ich hier runtergehe, dass ich plötzlich ein Skelett ins Auge schaue. Das wäre schon lobenswert. So. Gehen wir mal runter. Schauen wir mal auf die Karte. Die Höhe sinkt. Also, wir gehen quasi in die Tiefe. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 23, 20. Also, so viel ist es gar nicht mehr, was uns noch fehlt. Aber jetzt wird es eben gefährlich. Wir sind jetzt auf 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ab hier soll es Diamanten geben. Das ist für mich ein guter Grund, hier nochmal einen Ausstieg zu machen. 14, 13, 12. Jetzt wird es dann doch spannend. Ja, ich weiß, da war noch Eisen, aber wir haben es jetzt echt nicht mehr nötig. Ich baue hier mal ganz kurz ein paar Leitern ein. Ja, ich höre ein Skelett neben mir. Das heißt, wir sind hier sowieso in Höhlennähe. Das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt werden wir uns dann da an der Leiter festhalten. Von da aus weiter graben. Husten. Ja, ich will sie immer vermeiden, aber ihr wisst ja. 12. Also, 4 noch. Dann sind wir auf der richtigen Höhe, um zu graben. Und, äh, ja. Deswegen werde ich mich jetzt hier so an der Leiter festklammern und werde von da aus hauen. So. Das ist jetzt der glorreiche Letzte, ne? Ja. Wenn da jetzt Lava drunter ist, dann habe ich echt verkackt, weil dann... Okay. Alles gut gegangen und jetzt muss ich mir hier noch einen Raum ausheben. Wir sind jetzt auf Höhe 8. Wir sind auf Diamantenhöhe. Von hier aus können wir uns Stollen graben, die zu Diamanten führen könnten. Weil ich so ein cooler Typ bin, mache ich hier... Also, die Stollen sind ja eh nur 2 hoch dann. Mache ich hier gleich mal einen höheren Raum noch raus. Damit es noch mehr ausschaut. So. Mal raus aus diesem Modus. Zack. Jo. Wir sind auf Diamantenhöhe, Freunde. Werde ich mir jetzt gleich mal einen Raum ausheben, der eine gewisse Größe hat. In alle Richtungen. Hätten wir hier möglichst viele Minenschächte auch anlegen können. Dann machen wir hier nochmal einen mehr. Na ja, so... Na ja, hier ist natürlich wieder überall Kies. Na ja. Macht es aber auch nicht unbedingt schwerer. So. Ich hoffe, da oben drüber ist kein Kies. Sonst kommt mir das jetzt alles wieder aufs Hirn gefallen, was ich hier gerade weggegraben habe. Okay. Eisen hätten wir schon mal. So. Und jetzt in jede Richtung. Also in die Richtung auch nochmal die gleiche Größe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Machen wir das jetzt 7? 1, 2, 3... Ah, Mann. Ich kann das nicht zählen. Ich sehe das immer so schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Also in alle Richtungen von der Säule möchte ich gerne 7 frei haben. Hat den einfachen Grund, dass wir hier einen symmetrischen Raum haben, den man auch anderweitig nutzen kann und den wir schön ausbauen können in alle Richtungen, wo wir ein paar Steuern graben können. Von denen wir aus dann neue Räume anlegen können, also dass wir hier wirklich eine absolut reine Diamantenmine machen, weil wir jetzt ja auch endlich mal auf der richtigen Höhe sind. Wir wissen ganz sicher, dass wir auf der richtigen Höhe sind, deswegen können wir das auf jeden Fall machen. So, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6... Jetzt müssen wir nochmal kurz gucken, weil wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Okay. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen zeitaufwendiger, den Raum hier auszuheben, aber das möchte ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Diamantenjagd, wahrscheinlich eher in der nächsten Aufnahme-Session, wir sind nämlich schon in der 8. Folge der Session. Dass das heute so flutscht, ist der Wahnsinn, sonst ist das so langatmig immer. Also jetzt, ne, ich weiß auch nicht, irgendwie... 1, 2, 3, 4, 5... Einer war ja schon, das heißt, einer noch. Da müssen wir hier nach... Ah. Das ist ja die Ecke des Raumes, da können wir direkt mal eine Facke setzen. Und da sind wir auch schon durchgestoßen. Das ist ein bisschen wie bei der Monster-Falle, dass wir da ziemlich lang brauchen, um diese Räume auszuheben. Und wir haben hier tatsächlich auch schon wieder Redstone gefunden. Den wir so fieberhaft gesucht hatten, den finden wir jetzt. Naja. Ich weiß nicht, ob es vorhin Glück war, dass wir ausgerechnet in diesem kleinen Bedrock-Raum gestolpert sind, wo ein Redstone war. Auf jeden Fall war es eine kluge Entscheidung, das zu machen. So können wir jetzt hier an Redstone nochmal ordentlich nachlegen, da ist ein bisschen mehr. Kann man ja immer mal wieder brauchen, vielleicht brauchen wir hier mal eine Schaltung oder so. Weiß man ja nicht. Dafür sind wir jetzt dann auf jeden Fall ausgerüstet. Dafür brauche ich aber Eisenspitzhacken, glaube ich. Und die habe ich. Ich farm hier auch Redstone, das ist überhaupt keine Frage. Also wenn wir Redstone finden, nehme ich den natürlich auch ganz gerne mit. So, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gibt Gold kaputt? Ich weiß es nicht. Ecke des Raumes, Gold. Gold, Gold, Gold. Hallöchen. Da habe ich wieder so eine fette Ader gefunden. Das müssen wir natürlich alles wieder auf Höhe bringen. So. Jetzt mache ich das gleiche da drüben nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017